So, was los? Hab ich da was für dich? Hab ich da was für dich? Was hab ich denn da? Was hab ich denn da? Guck mal, hier. Oh, hab ich da einen neuen Ball für dich? Ja, oh, oh. Hab ich da einen neuen Ball für dich? Oh, willst du den doch wirklich haben? Ja? Bist du doch 100% sicher, dass du den haben willst? Du? Den neuen Ball willst du? Oder willst du dich lieber den da oben? Du willst den? Den willst du? Ja, lass hol ihn dir. Ja, lass den mal einen Netzprintfaller. Du solltest ihn mal auspacken. Der lief. Pack aus. Ja, pack aus. Guck mal her. Auspacken. Kannst du den auspacken? Oh. Kannst du den nicht auspacken? Ich steh den nicht auspacken. Shit. Wo ist der denn jetzt? Hä? Ach so. Ich steh den nicht auspacken. Warte. Gehst du den nicht auspacken? Ich kann pack aus. Ich pack ihn aus. Pack ihn aus. Ja, doch. Komm her. Komm her. Ich pack ihn aus. Ich pack ihn aus. Pack ihn aus. Pack ihn aus. Ich pack ihn aus. Oh, hast du ihn jetzt ausgepackt? Oh, hast du ihn jetzt ausgepackt? Oh, jetzt hast du ihn aber ausgepackt, ne? Warte. Ey. Komm gar nicht schnell auf die Kurve zu kommen. Ist auch verdammt ein Grillen, ne? Hochinteressant. Krieg noch das Fleisch. Nimm, 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 nimm. Lecker, lecker Fleisch. Film dich gerade, wie du grillst. Jetzt kommt die, die Chance. Oh, oh. Nicht auf Milch. Wo ist der neue Ball? Gib her. Wo ist der neue Ball? Zeig dir mal, Herrchen. Wo ist der Grillmeister? Zeig dir mal den Grillmeister. Zeig dir mal den Grillmeister. Da ist der Grillmeister. Hä? Oh, jetzt kommt die die jetzt mal. Ja. Rand und Band, ne? Oh, jetzt kommt die Upa. Wie ist das? Wie ist das? No.